drei max äther gefunden in einem pokéball nicht sich reingestopft ich frage mich ob man mehrere billig zahlen ein pokéball bekommt weil wir sind ja keine mehreren pokéball wert hallo loading map ist noch am leben ja okay bist du doch am leben ich stehe noch da bist du doch da kämpfst du hast keinen namen über deinen kopf du hast mir angst ich kämpfe nicht weiss du hast da ist ein pixi ich hasse pixi es ist nicht passiert ich bin voll verwirrt wie soll ich dir da von daraus komme ich da gar nicht wieso ist gerade nichts passiert ist hat mich ohne mein gesessen das war es das ist ja was ich mich scheiße aus weil die ich wirklich schaden macht auf der schreibe ich bin voll verwirrt er kann hier gar nicht weiter aber ich habe die chance mich selber zu schlagen warum soll ich das nicht machen ich habe einen pokéball gefunden guten oder schlechten ein ganz normalen weißt du das traurig ich weiß nicht warum hey oba bob warum findet man jetzt noch im fucking popel pokéball um die ein wenig an die haben zu fort sie über aber man muss gerade was war das hast du es auch gehört aber sie auf dem Haus böse war sie böse du kriegst keine chips ist erst ein Eis auf richtig ja mute dich bevor du dein headset umdienst weil sonst macht das komisches aus schon wer hättest du das noch mal zum poké sein zu gehen für den letzten abschließenden kampf oder heute nicht mehr ja wenn ich irgendwie hier raus findet vielleicht ich weiß nicht ob ich dann da lande weil das hat mich ja überall irgendwie komisch interpretiert du kommst aus dem gebäude theoretisch wie kommt man jetzt noch mal zu nehmen das letzte mal sich in der höhle war eine flucht als eingesetzt hat hat sich um zu ich weiß nicht wie hier rauskommt so ich kann meine eigene selber checken weil ich die sehen kann wissen dumm ah das behauptest du nur du hast eigentlich keine ahnung weißt du hä was das war ja nicht scheiße bullshit zu baut denn 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 jennerin musik ist geil es hat ja gekommen sein war heute ein ehemann oder das war schon mal sie mit den außen pokémon sleep oder welches gift pokémon super das hat es nie paula nein ob man das sleep holen kann ja logisch eigentlich ja schon es hat keine insomnia es hat keine puder habe ich daneben gehauen ok es ging irgendwie steht da nicht dran dass es müsste es ging dann nicht das geht hey opa new scene leiten trainern gut was das gerade gesagt you don't seem experience and battle hard enough to take up my time alter glatzköpfiger dein gesicht merke ich mir was einfaches weil ich mir die haare nicht merken muss das speichert speicherplatz warte mecknam hat mecknam als du hast jetzt schon irgendwie bekommen nein warum nicht weil es keine wie war sondern ein lift key ja du kriegst das ja auch nicht im team rocket gebäude ja aber der hat die leitung was von iwi gelabert und dann ist er weggegangen da waren auch ein pokémon die mit foxes china imagination seid ihr hier die entwickler dass sie aus wie der entwicklerraum dass der entwicklerraum war mein kohle für schon damit 40 jetzt hatte ich kann in der stadt doch vorerstellen lassen das sind lustige entwickler easter eggs das gefällt mir ist doch easter eggs ja der eine entwickler sagt guckt auf so ein globus und sagt ich frage mich wo man sind reinpackt wenn du gegen mich kämpfe ist er verprügel ich dich okay ich versuche jetzt mal ich will jetzt noch gucken ob ich ein ewiger trotzdem raus nein es funktioniert ein wunderbar kommt es gleich zum fucking das zum pokémon wie so gegen dac trio habe angst so ein bisschen aber ein schaufler macht es natürlich groß ich sehe ich sehe ich nicht weg gehen wo wirst du recht ich kämpfe gerade gegen den zus in dem sonnenflora ist ein kacken und sage ich dir nicht dass ihr mir hat man scherz ich habe kein ewig aber ich glaube ich weiß wie ich es bekomme das hole ich mir jetzt noch aufkaufen sondern flora verreckt doch einfach diese letzte politik auf ein giftkäfer kann sich auch irgendwie gute attacke ja okay du sagst du was sage ich nicht halt alter der arsch ist im weg und die wollen mich alle die dohler sind wohl nicht zu fett die sagen alle sind wir wegen das mich nicht durch und verlässer ich machen vielleicht tue ich meinen videos heraus sollen dass euch das finde ich doch nur geil dann hole ich meine trolle fraus und das ich weiß nicht das finde ich auch geil der kauft meine items gibt mir jetzt was sei ja ein great ball benutzt im original müsste man in irgendein haus hinten rein wahrscheinlich sind ja ich weiß aber das geht es sage ich will so doof müssen miscellaneous was gibt es da denn ich hätte jetzt auch grad gegoogelt ja gut hier ok man revolution online was hast du nichts freizeichen super war einfach gefeier steuer die ms gibt sie ja also wenn ich will die ms gibt sie in 0 1 die stilte die stilte 2 2 5 reihe ich mich in diesem Raum alter mann und ich wollte gerade auch die wie mich hier kann man die tm kaufen für 3500 auch da ist das nicht einmalig und schwecken klar auch für 3500 zu teuer 5000 so ist das quest by talking to the officer standing in the casino okay das habe ich schon gemacht feier steuern tag ist dann you head into the casino and talk to the nerd standing in front of the chairs ja wir machen das wohl am nächsten mal wenn man das wie wirklich so bekommt da will ich sagen höre ich jetzt dann auf oder machen wollen wir auch den kampf machen dann bin ich jetzt gleich und ich weiß nicht ich habe endlich ein feuer stein jonge aber ich will mein poko noch nicht trainieren ich weiß dass bis 45 trainieren dass ich die welches nicht trainieren ich will es erst trainieren du hast gesagt ich du willst es nicht trainieren du willst erst entwickeln meine ich will soll ich entwickle ich das erst bis 45 dann hier da gehe ich noch outrage und irgendeine anzahl cooler tag ist interessant das pokémon wird dir wahrscheinlich ziemlich gut helfen in der nächsten arena das kann ja noch etwas in der stadt ah ja ich habe jede und vbos auch noch ja schon sonst ja auch noch ja gut da will ich sagen das war es bei mir ja auch da ist ja komm wir setzen uns irgendwie die kohlen kids ist jetzt und ich habe angst vor fenstern nachher weil ich dich nicht mag dafür weil du mich nicht magst ich habe die schmerzen voll ich habe die schmerzen voll